hallo ihr süßen heute geht es um unseren tollen neuen blossom pinsel das ist ein staubpinsel perfekte ergänzung zu der blossom nail couture staubbürste sie ist etwas das seht ihr hier schon etwas robuster die zieht selbst den letzten kleinen staubgruben raus hier ist extra noch mal eine geschichte die auch den staub entfernt das ist so für die feinheiten ihr seht schon fluffig weich also ein richtig toller pinsel mit ganz ganz weichem smoothing haar der kommt geschützt in so einer tüte mit qr-code gleichzeitig ist über den pinsel noch mal ein schutz in dieser art gestülpt das war mir sehr wichtig weil das wirklich eine sache ist ich möchte dass die haare geschützt sind denn die sind hier flauschig fluffig weich das ist ganz ganz toll ihr könnt das hier ganz ganz herrlich sehen schaut euch das an seht ihr das das ist wirklich ein traum die sind ganz ganz weich fühlen sich smoothie an es gibt empfindliche kunden gleichzeitig hatte natürlich das ist natürlich typisch bloß im nail couture tolle straßelemente da könnt ihr die jetzt gerade sehen die dann so wundervoll glitzern es ist wirklich wirklich ein toller 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 traumpinsel also ideal für jeden staub wenn ihr ihn haben wollt bestellt ihn erst einfach ein traum wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht schaut beim nächsten mal wieder rein